Die FPÖ hielt auch in Neufeld eine Wahlveranstaltung unter dem Motto Nicht jeder, der will, bekommt Asyl ab. Viele interessierte Zuhörer waren gekommen, um die Rede von FPÖ-Landesparteiobmann Johann Schürz zu hören und sich mit den FPÖ-Wahlkämpfern zu unterhalten. Ein besonderer Besucher war dann Markus Baumikall. Der Musiker schaffte es bis ins Finale bei Herz von Österreich. Sehen Sie jetzt Ausschnitte der Rede von Johann Schürz und den Liedern von Markus Baumikall. Ja, von mir grüß euch. Wir waren gestern in Oberpullendorf und gestern war der Report da und hat versucht, irgendwie Aufnahmen zu finden, die halt nicht so gut ausschauen. Ich glaube aber, das ist nicht gelungen, auch in Oberpullendorf und so viel Leid wie heute. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr heute gekommen seid, solle. Hätte man gar nicht getocht. Daum schei. Danke, danke. Ja. Zwei, drei Sätze. Ich höre mich wirklich nicht so lang, weil ich weiß, wie das ist, wenn man Zuhörer ist. Aber zwei, drei Dinge, die mir wirklich am Herzen liegt. Da habe ich das angesprochen. Also dieser Vandalismus ist ja eine unglaubliche Gewaltorgie, das ist wirklich ein Wahnsinns. Das erinnert mich so ungefähr an das Akademikerball, nicht? Akademikerball, da sind tausend Akademiker veranstalten einen Ball. Das muss man sich vorstellen. Universitätsprofessor, Akademiker, Doktor, Ingenieur, Diplom-Ingenieur, gehen mit den Frauen auf den Ball und da kommen diese links-linken Gewalttäter, spucken den Frauen aufs Lord, aufs Balllord, bewerfen diese Frauen, sind gewalttätig. Und die Polizei steht neben uns, schaut zu, die Polizei, die heute da ist, die schaut nicht zu, die unterstützt uns und hilft uns, also das ist natürlich ausgenommen. Aber das sind natürlich Situationen, die ein Wahnsinn sind. Und genauso ist das mit den Plakaten passiert. Und man hat mit Gewalt diese Plakate umgedreht. Mit Gewalt die Eisenstammen verbogen. Wirklich mit Gewalt und mit innerer Intuition, die man gar nicht verstehen kann. Das heißt, das lebt die andere Gewaltszene. Ein Freiheitlicher, glaubst du mir das, wird nie irgendwo zu einer SPÖ-Veranstaltung gehen oder zu einer anderen Veranstaltung und gewalttätig werden. Das tun wir Freiheitlichen ganz, ganz sicher nicht. Glaubst du mir das? Nur mit uns, nur mit uns Freiheitlichen wird es eine Veränderung geben mit Burgenland. Nur mit uns ist es möglich, dass wir in Burgenland ein Sicherheitsland kriegen, ein Familienland und ein Heimatland. Das geht nämlich deshalb nur mit uns, weil alle anderen, alle anderen immer nur Versprechungen gemacht haben und nichts gehalten haben. Vor fünf Jahren hat die Freiheitliche Partei brakettiert, burgenländische Arbeitsplätze für Burgenländer zuerst. Na, wir werden uns da beschimpft haben lassen müssen. Geschimpft haben sie alle. Der Landesamt hat geschimpft, der Steuervertreter hat geschimpft. Das geht doch nicht, was bildet euch nie rein. Das geht doch nicht, weil die EU lässt das nicht zu. Na, das muss man sich mal vorstellen. Die EU lässt das nicht zu, dass wir burgenländische Arbeitsplätze für Burgenländer schaffen. Na, was ist denn das für ein chaotisches, wahnsinniges System in der EU? Ich sag euch mal was, wir können die EUler nicht irgendwo steuern. Nein, wenn wir in der Regierung sind, werden burgenländische Arbeitsplätze für Burgenländer zuerst geschaffen und dann können wir das machen, was wir wollen in der EU. Dann überweist man halt keinen Mietgezbeitrag mehr. Wir sind ja nettozahler mit zwei Milliarden. Na gut, man überweist halt nichts mehr. Kamerun hat gesagt, wir brauchen keinen Euro. Kamerun hat gesagt, wir brauchen das nicht. Kamerun hat gesagt, keinen Euro nach Griechenland. Was haben wir gesagt? Ja, 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 das geht doch gar nicht. Die haben keine Kraft, unsere Politiker. Die haben kein Standing. Nur mit der Freiheitlichen Partei wird es eine Kraft geben. Wird es wirklich einmal eine Kraft geben, auch in der EU-Ländischen Land, auch in der EU-Ländischen Regierung. Das heißt, man möchte, so wie in Schweden, dass alle ihr Kind ab dem ersten Jahr weggeben. Also, es ist nicht mehr Mutter und Vater, sondern es ist nur mehr Fremderziehung gefragt. Und schell sich das einmal vor. Es ist so geplant, dass man die Kinder ab dem ersten Jahr weg gibt. Da kann das Kind nicht einmal noch laufen. Das Kind kann nicht einmal noch sagen, mit dem Kopf weh oder mit dem Bauch weh. Wichtig ist, dass das Kind abgeschoben wird. Und diejenige, die das Kind dann betreut, die kriegt ungefähr 1.200 oder 1.300 Euro, die das ein Kind betreut. Und die Mutter selber, die sich entscheidet, beim Kind zu bleiben, kriegt 436 Euro. Das kann ja nicht normal sein. Wenn halt die Mutter sich entscheidet, beim Kind zu bleiben, dann hat die genauso viel zu verdienen. Dann hat sie nicht 436 Euro, sondern im Minimum 844 Euro. So wie die Höhe der Mindestbeschuldung. Und schauen wir uns die Sicherheit an. Da sagt der Herr Landeshauptmann, das kommt ja nicht in Frage, dass Polizeiinspektionen geschlossen werden. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Und da habe ich die Ehre, 2 Monate später sind alle zugespielt worden. Das war ungefähr das Versprechen, das ist ein Landeshauptmann. Und dann hat er gesagt, und jetzt habe ich die klarreiche Idee, damit es euch richtig sicher fühlt, jetzt machen wir mal einen Dorschendamm oder einen Dorfpolizisten. Und der ist dann, der garantiert für die Sicherheit, nachdem er halt dann wirklich keinen Dorfpolizisten gesehen hat, hat er gesagt, weißt du was, jetzt machen wir einen Gemeindepolizisten. Und der kann sich sogar aufs Gemeinde ansetzen. Das ist überhaupt eine klarreiche Idee. Da brauchst du nicht mehr das Fenster aufmachen, den Polizisten hinsetzen mit dem Kappel bis um 4. Wenn dir ein Dienst los ist um 4, dann sind die Grenzen offen, dann kannst du wieder alles nehmen, was du willst. Rosenmacher, Fahrradl, alles was du glaubst. Das ist die Sicherheitspolitik der SPÖ. Die wollen wir nicht. Wir wollen zum Beispiel eine Gemeindewache. Eine Gemeindewache, wo 800 neue Arbeitsplätze für Burgen hätte geschaffen werden können. Warum? Es kann Gemeindewache in Burgenland geben. Es gibt in Linz eine, es gibt in Wien eine, es gibt in verschiedenen Ortschaften eine. Und eine Gemeindewache hätte wirklich, da wäre die Möglichkeit vorhanden, dass man burgenändische Arbeitsplätze für Burgen hätte zuerst schafft. Und zu den Grenzkontrollen, und dann kommen wir schon zum Schluss, zu den Grenzkontrollen, weil viele sagen, wir können ja nicht Schengen aufheben. Das hat mit Schengen aufheben nichts zu tun. Es werden nächstes Jahr 50 neue Grenzübertrittsstellen geschaffen. 50 neue Grenzübertrittsstellen. Wisst ihr, was das heißt? In Wahrheit macht man das Burgenland zum Selbstbedienungslohn für alle, für Kriminelle. Machen wir auf, kommt her, nehmt euch was braucht und fahrt wieder. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es an der Grenze Kontrollen gibt. Zum Beispiel in einer Woche an 30 Grenzen überdrittsstellen, muss sofort die Polizei mindestens drei Stunden stehen. So wie es vielleicht war, Kofferraum auf, einschauen, was hast du mitgebracht und was nicht. Und dann wird die Sicherheit gewährleistet sein. Das geht halt nur mit der freiheitlichen Partei. Das geht nur mit der freiheitlichen Partei. Nicht mit irgendeiner Sprittergruppe, zum Beispiel diese Liste Strongach oder Fritz oder LPL oder BLPL, ich weiß jetzt, wie die heißt, wo der Wolfgang Kraut da immer zurücktrittet. Wirklich abschließend zu einem Thema noch, das mir auch am Herzen liegt. Und das wirklich auch nur mit der freiheitlichen Partei geht. Das kann nur mit uns gehen. Und zwar das Thema Armut im Burgenland. Im Burgenland sind 30.000 Menschen armutsgefährdet. 30.000. Und 4.500 Kinder leben in akunter Armut. Das heißt, die können sich nicht ein Schuh glatt kaufen. Oder die können nicht sagen, Mama, ich hätte gerne Schnitzel. Sondern die haben, so wie früher, Brot und Milch und Grott, dass man halt die Kinder über Wasser hält. 4.500 Kinder in akunter Armut im Burgenland. Und dann gibt es eine Wohnbehilfe im Burgenland, die aus der ausgerichtet ist, dass die Armut bekämpft werden kann. Und die Wohnbehilfe im Burgenland, das müsst ihr euch einmal vorstellen, ist so gestaltet, dass desto mehr es verdient, desto mehr Wohnbehilfe kriegt man. So was haben wir ja überhaupt nicht gesehen. Ich habe mir das jetzt einmal angeschaut und gesagt, was ist denn das für ein krankes System? Wenn jetzt jemand ein Einkommen hat, das immer niedriger wird und jemand ein Einkommen hat, wo er schon in die Mindestsicherung fehlt, weil es ihm so schlecht geht, kriegt er keine Wohnbehilfe mehr. Kriegt er keine Wohnbehilfe mehr, weil der Staat sagt und das Land sagt, du hast ja eh schon vom Staat die Mindestsicherung. Du brauchst keine Wohnbehilfe mehr, wir gehen die Wohnbehilfe lieber rein, der 200.000 Euro im Monat verdient und der halt in der Warnung mit 100 Quadratmetern lebt. Das kommt mit uns nicht in Frage. Bei uns wird derjenige Wohnbehilfe kriegen, der es wirklich braucht, der in Armut lebt. Und genau das ist das Wichtigste. Das heißt, ich spüre Aufwind, mir taugt es einfach. Ich glaube, das ist mal Bock was. Bock was. Dankeschön. Geh her, Herr Bezirksopfer, du musst jetzt anzuhauen. Geh schon, zu mir zu der Bieten, holt es ja gar kein Bier. Und die Hymne. Nee, nicht der Öl. Du brauchst das eigentlich nicht. Nein, aber es wird nichts sagen. Ich stehe in der Risse, auf der Straße des Sonnen Ich füße da meine Wände, in der Nähe und Sandalle Es geht ums Magstessen, jetzt steht ihr ein Lattes Und auch gar nicht liere Und gar nicht liere Und gar nicht Papiere Sowas hat nicht wir Untertitelung des ZDF für funk, 2017